Einmarsch zu einer Dauervorstellung in Zuneigung. Thailand, das Land der menschlichen Wärme. In Pattaya treffen sich 31 Paare, um einen Weltrekord zu brechen, den für die längste ununterbrochene Umarmung. Einige Teilnehmer sind ausgewiesene Spezialisten für solche Disziplinen und haben zum Aufwärmen schon beim Dauerkussrekord mitgemacht. Das hier ist schwieriger. Anders als beim Kusswettbewerb können wir uns nicht viel bewegen. Irgendwie ist das alles interessant. Wir haben sowas noch nie gemacht. Den Rekord hält ein englisches Pärchen. 25 Stunden, 22 Minuten und 36 Sekunden. Die Paare hier haben noch einen langen Weg vor sich. Die Gewinner bekommen umgerechnet rund 6.500 Euro, zwei Diamantringe und ein intensives Gefühl von Verbundenheit. Egal, ob der Rekord gebrochen wird.